Ich möchte heute mal den Beweis antreten, dass der Schuster nicht unbedingt die schlechtesten Schuhe haben muss. Und ich mache das anders in meiner Druckerei. Ich zeige das jetzt mal. Hier sieht man unsere Fensterkuverts und die dazugehörenden Briefbogen, Visitenkarten, dann große Kuverts und unser größerer Flyer. Dann Visitenkartenboxen, in denen wir an unsere Kunden ihre Visitenkarten ausliefern. Dann unser kleiner Flyer und hier dann die Internetseite, auf der man eben auch die gleichen Motive sieht. Hier gibt es noch weitere Werbeartikel, nämlich diese Dammesflasche und hier so einen kleinen Schlüsselanhänger. Jetzt zeige ich mal unseren Hänger, der vorne auf einem Parkplatz steht. Wenn Sie sowas auch haben wollen, dann rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Auf Wiedersehen!